Put your hands together The game BX Mission C Den Ingenieur beschützen Ach jetzt muss ich den Lappen wieder beschützen hier in der Toile Wurst Warte mal jetzt kommen wir wieder nochmal Munition haben am besten hier für das Ding Oh die kostet aber offen Na gut Oh das hab ich auch schon alles versaut hier Naja Okay Ach hier Medizin hab ich auch nicht mehr Sag mal Hab ich gar nicht mitgekriegt dass ich jetzt hier so hart gefaltet hab Du kannst das auch nicht herstellen wie bei dem normalen oder Erinnere nicht sofort du Affe Ich warte hier während sie ihr Ding machen Ja jetzt liegt hier Medikit Scheiße Ja dann warte ja Warte mal Wo ist denn hier meine andere Ja Wir könnten ja mal versuchen hier wieder ein bisschen taktisch vorzugehen So Nicht immer so diese haut drauf taktisch Sondern hier mal so Gechillt Ne ich werde jetzt schon gesehen Von wo denn Ach da oben So So Jetzt gucken wir mal Wie trickst man denn die am besten aus jetzt hier Ja Aha Aha Okay Okay Hier machen wir es mal so Na komm schon Baby Ah na los Das bewegt den Arsch Das bewegt den Arsch Welche Steine soll ich denn noch bauen Ein bisschen normalen locken Na los jetzt läuft doch Junge alter Ja Jetzt kommt er doch So Ich habe den schon mal aus dem Weg geräumt Den schon mal aus dem Weg geräumt Ja der da oben ist ein bisschen störend Störend Wenn der nicht wäre dann könnte ich hier eigentlich schön durchmarschieren Oder ich knall hier einfach wieder alle ab Oh jetzt war ich hier natürlich wieder gleich Was weiß ich Oh was Der verpasst mir einfach mal ne Schelle Alter Oh wo ist der Alarm Ist er doch Ne Oh wo ist denn hier der Alarmknopf Oh 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 ich bin immer mehr Oh 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 jetzt zieht er ein Flammbacher Boy Der da oben der hat auch nichts Gutes im Sinn oder Kommt steckt mein Kopf Ne Krieg's doch nicht Na dann kann ich nicht weiter gehen So warte mal So warte mal Ich lass mal hier alles Warte mal was geht Was ist denn hier? Hier liegt doch auch Warte mal nimm mich mal mit Zack Was ist das? Was hab ich offensichtlich noch? So 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 Cyberherbsen gibt's ja hier auch en masse Man Jetzt küsier ich das da hoch oder? Ja 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 Komm So Mhm So Jetzt haben wir auch hier in der einer Ebene Das ist doch der letzte hier oder? Ne wie bei Battlefield Alter Schießend um die Ecke rein Du hast viele meiner Soldaten getötet Ranks Bruder Junge Warum beschützen sie die Männer nicht die unter ihrem Befehl stehen Sloan Nur die Starken können sich selbst schützen Das habe ich im Krieg gelernt Jo Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einhörde gemacht Das war nicht genug Aber mein Sohn Das wird sich bald ändern Kann er hier nicht Kanada? Sag ich mal Das verspreche ich dir So Moni Ja Ja Komm Achtung Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf unterebene 3 Säuberung auf unterebene 3 Säuberung von mutagenen Biotoxin Säuberung von mutagenen Biotoxin Säuberung von mutagenen Biotoxin Jetzt ist hier schon wieder der Schatz Oh oh Das ist das Feuer Das ist das Feuer Heilig Heilig Alter Oh Lass meinen Techniker in Ruhe hier Bist du gescheuert? Ja Hat der meinen Techniker hier verbrannt oder was? Na toll Flamte den einfach weg Jetzt Mission gescheitert Genau Alter Meine Güte Ja Ich warte hier während sie ihr Ding machen Achtung Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf unterebene 3 Säuberung auf unterebene 3 So Jetzt machen wir erstmal möglichst klaut los Um jetzt nicht über die ganzen Typen anzulocken Na ne 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 Das war mir doch ein bisschen zu viel ekelhaft Die ganze Scheiße Lass die fallen Lass die fallen so wo waren jetzt die große herrn doch nicht zu schnell hinterher hinterher der rumpelte nur da will ich denn so langsam hier in der klasse führerschen führerschen heilen 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 ja jetzt habe ich sie wenigstens von dem techniker weggelockt da ich hier die superbums wo man hat weiter geht das wäre natürlich ab kommt ruhig kommt ruhig immer rein hier immer rein spaziert mit der jungen pferde da ist noch ein großer friss scheiße so ja langsam in ruhe sein oder die gegner sind denn hier abartig gut ich denke warte mal hin sehe ich die noch irgendwo sauber 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 ihre omega force ist nur ein omega furz ja rags wir werden auch sehen wer hier furz oder wer cybergott ist leo der furz warte mal der rennt schon weiter warte mal ab rags 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 noch angezeigt das sollte ich mir doch nochmal rein ziehen ja ja da habe ich gar nicht mehr drauf geguckt ich guckte jetzt die ganze zeit hier auf kisten und sowas hier so im jagdfieber war in der killing spree aber jetzt wird sie auch langsam mager mit munitionen das ist ja doch ein größerer kampf geworden als ich das ursprünglich vermutet hatte jetzt habe ich es das ist die brücke zum freigelegten reaktorkern ich wette jetzt geht das hier auch gleich noch so weiter oder kommen sie sie sind beim kühlwassersee na los weg die cyberhaie was für cyberhaie ich werde die kontrollmechanismen überbrücken und lass das baby überhitzen dann gehen slow die lichter aus das haben sie schon mal gesagt licht aus für immer ähm ok wir sind fast da warnung taske elektromagnetische ach kackel ähm na technikeratze leg mal los die haben mich ausgesperrt sie müssen die notfallüberbrückung des shields jetzt unter wasser überbrücken aber denken sie an die cyberhaie da unten nein unter wasser nebenanschluss du aktivieren dinieren fundieren massieren zum öffnen der sicherheitssysteme hehehe warte mal muss ich jetzt hier echtes wasser springen wo sind denn hier die missionsziele irgendwie unter mir oh nein na dann ich sehe doch schon cyberhaie warte mal Halt, ich war auch schon dran hier. So, wo ist der letzte? Wo ist das kommen? Oh, wie komme ich jetzt hier raus? Schnell, boah, geil, Alter. Ohne von einem Hai gefickt zu werden. Das wieder gerissen habe hier, geil. Leg doch mal los jetzt hier. Das heißt, jetzt kommen hier wieder Haufen oder was? Hört's warum was? Ich sehe aber nichts. Ach da. So, komm hier. Rewig, Alter. Du gehst weg, bevor du so weit bist. So, bam, 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 bam. Komm, verrecke, Alter. Ich sperre einfach hier die Zugangstrap ab, dann können sie ja nicht mehr weit kommen, oder? Wenn ich jetzt hier hingehe. Kommt runter und kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe. Oh, rostiger Rummel. So, Techniker. Sieht gut aus für dich, oder? Ah, diese Boote halten ganz schön was aus, muss ich mal sagen. Los, jetzt. Mann, mach den noch daun. Oh, oh. Äh, was ist mit dir? Ach du, das holzt nur hier rum, Alter. Ach du Scheiße. Sieht aber nicht gesund aus, was hier abgeht. Kann ich gleich noch raus? Sieht so aus, als sollte ich mich lieber auch fernhalten, oder? Scheiße habe ich übersehen. Oh, oh. Jetzt wird es aber madig hier langsam. Jetzt habe ich nicht mal eine Position für meine Superweapon. Hier, Plitsch Platsch in your mouth. Oh, oh. Oh, oh. Moin. Ach du Scheiße, es ist ja hier. Super. Oh, oh. Super Ingo, Alter. Oh, ja. Gib mir die Waffe. Wir müssen uns schlagen. Wir müssen uns schlagen Sie den Nuklearreaktor. Vier, vier, vier. Oh. Ja. Yeah. Benji, nein. Das ist nicht als Matriotsschmer. Ah, das ist aber okay, oder? Ich habe es geschafft. Aber Benji. Tut mir leid, Rex. Tut mir leid, Rex. Nein, guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held. Ja. Erfolg. Na, endlich. Das war ja mal einfach. Wie fühlen Sie sich nach dieser EMP-Welle, Rex? Ich fühle mich wie Neudoc. Ich bin jeder aufgabe gewachsen. Boah. Oh. 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 Doch. Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich. Jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey. Whoa, whoa, Doc. Nein, Rex. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Und keine Abkürzung. Und ich schätze, das hier ist kein Spiel mehr, oder? Okay, soviel zum Thema blöder Pimmel. Ja, und an der Stelle reicht's mir auch erstmal für jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.